Guten Tag, das ist die neue Show für Kopfhahn. Wir sind heute gerade dabei, die Hauptschwer der Show zu betonieren, mit ca. 26 Kubik-Zeton. Und restliche Arbeiten, die zur Zeit noch anstehen, sind die Anbindung der Unterflüge, Kopfbänder und Handläufe. Das Gerüst wird im Hintergrund noch auf ca. 12 Meter Höhe erweitert, damit die restlichen Arbeiten abgeschlossen werden können. So, noch ein Tipp. Der beste Freund von Thala ist der Wüstenbussert Niloy.